hallo zu einem neuen video auf meinem kanal heute habe ich einen porsche von der firma nico kann man sehen ja der ist neu von ebay ja da hat nico nochmal alles geben schauen wir mal drunter was interessant ist was mir gefällt das ist noch made in spain und zunächst made in china der motor eigentlich wie bei allen fahrzeugen das im schlitz bleiben habe ich vorne immer blei drin hier da kannst du dann schön aggressiv fahren was aber nico immer schön sieht da tragen nicht die vorderräder die last sondern der light kill der ist hier gefiedert typisch bei denen meintag den habe ich gekauft dann war da das rätsel kaputt die lager sind alle gern mal geölt das zahnrad ein bisschen gefettet vorne ein bisschen geölt ganz vorsichtig jetzt schauen wir mal wie das so fährt machen wir mal zehn runden mit zeitmessung und dann schauen wir mal rüber zerbauen so bis gleich los geht los geht los geht los geht los 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 los